Wie findest du mein Kleid? Welches? Ja, das, das ich anhabe. Besonders hübsch. Oder findest du das Grüne schöner? Das Grüne? Ja, das halblange mit dem Spitzenausschnitt. Nein. Was nein? Ich finde es nicht schöner, als das, was du gerade anmachst. Aber du hast gesagt, das Stille geht gut. Das steht dir gut. Und warum findest du es dann nicht schöner? Ich finde das, was du anmachst, sehr schön. Und das andere steht dir auch gut. Dann gefällt es dir doch besser, als das, was ich anhabe. Und das halblange Grüne mit dem Spitzenausschnitt. Ich finde, du siehst toll aus, wenn du anmachst. Komplimente helfen im Moment überhaupt nicht. Gut, dann zieh doch das mit dem blauen Schößchen an. Also du findest gar nicht toll, was ich anhabe? Doch, aber es gefällt dir scheinbar gar nicht. Es gefällt mir nicht, es ist das Schönste, was ich habe. Dann behalte es doch an. Eben hast du gesagt, ich soll das lange Blaue mit dem Schößchen anziehen. Du kannst das Blaue mit dem Schößchen anziehen. Oder das Grüne mit dem Spitzenausschnitt. Oder das, was du eben anhast. Aha, es ist dir also völlig egal, was ich anhabe. Dann nimm das Grüne, das wunderhübsche Grüne mit dem Spitzenausschnitt. Erst soll ich das hier anbehalten, dann soll ich das Blaue anziehen und jetzt auf einmal das Grüne? Liebling, du kannst doch auch... Ich kann mit dir über Atommüll reden, über die Ölkrise, Wahlkampf und Umweltverschmutzung. Aber über nichts Wichtiges. Das war's.